Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Seit November liegt das Gutachten zur Situation der Hebammen in Hessen vor als Geheimpapier. Die Teilnehmenden des runden Tisches durften das Gutachten auf keinen Fall weitergeben. Sie haben sich auch daran gehalten. Jetzt hat der Minister das Gutachten teilweise veröffentlicht. Wie Sie das mit dem runden Tisch klären, das ist Ihre Sache. Warum Sie aber die Handlungsempfehlung der Gutachter und guter Richterinnen uns vorenthalten? Diese Zensur müssen Sie uns heute schon einmal erklären. Anscheinend kann man die Schlussfolgerungen der Fachleute der Öffentlichkeit wohl nicht zumuten. Da kann man schon die Frage stellen, was Sie hier verstecken. Wenn wir uns das Restgutachten anschauen, kommt schon die Frage auf, hätte man das nicht früher wissen müssen. Es gibt Mindestmanagement im Gesundheitswesen. Das wissen wir auch. Dazu gehört auch, dass es zu wenige Hebammen im Land gibt. Diejenigen, die als Hebammen hier arbeiten, fühlen sich vielfach überlastet. Fast 80 % der Hebammen haben 75 Überstunden. Die Hälfte der Hebammen ist durch die Arbeit zum Teil sehr belastet. 30 % schätzen ihren Gesundheitszustand physisch wie psychisch weniger gut bis schlecht ein. Die Hälfte der Hebammen in den Kliniken hat angegeben, dass in den letzten drei Monaten der Kreißsaal vorübergehend geschlossen wurde, beziehungsweise Frauen abgewiesen wurde. Das ist die Situation in der Geburtshilfe in Hessen. Diese Zahlen zeugen von einem eklatenten Versagen und diese Unterversorgung ist nicht über Nacht eingetreten, sondern wurde lange ignoriert. Jetzt hofft man anscheinend im hessischen Sozialministerium, und das hat mich besonders erstaunt, gewundert, gefreut, in Anführungszeichen, dass der demografische Wandel es richten werde. Wenn man die jetzige, momentane Beschäftigtenzahl pro Kopf halten wird, so ist das Kalkül, wird bei einem Geburtenrückgang von 12 % bis 2030 alles gut werden. Das ist Ihre Berechnung. Also muss der Minister nur noch darauf warten, dass in Hessen endlich weniger Kinder geboren werden. Dann hat er sein pragmatisches Minimalziel, wie es im Gutachten heißt, erreicht. Dabei ging vor elf Jahren die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes von einem mittel- und langfristigen Rückgang der Geburtenzahlen aus. Heute wissen wir natürlich, wie falsch das war. Schon 2017 konnte das Statistische Landesamt in Hessen verkünden, dass die Geburtenzahlen im fünften Jahr in Folge angestiegen sind. Die Hoffnung auf weniger Kinder, die ich im Übrigen sehr widersinnig finde, widerspricht doch allen von familienpolitischen Maßnahmen. Mehr Elternzeit, mehr Elterngeld, mehr Unterstützung der Kinderbetreuung, auch wenn das alles noch nicht ausreicht. Das soll doch diesen demografischen Wandel, den Sie hier jahrelang bejammert haben, das soll doch diesen demografischen Wandel verändern. Es gibt ja auch mehr Kinder. Vor einigen Jahren haben Sie auch die Hessenagentur beauftragt, uns zu erzählen, dass es immer weniger Schüler und Schülerinnen gibt. Aber alleine, dass Sie das gesund gebetet haben, hat es nicht funktioniert. Jetzt müssen überall Kitas und Schulen gebaut werden, weil die Kinder einfach da sind. Und ich erwarte von dieser Landesregierung, und das ist das Mindeste, dass sie aufhört, Statistiken gesund zu beten. Mehr als ein Drittel der befragten Mütter haben angegeben, dass sie für die Suche nach einer Hebamme für die Wochenendbetreuung sehr schwierig waren. Der Zugang zur Betreuung während der Schwangerschaft ist in Hessen alles andere als selbstverständlich. 27 % der befragten Mütter haben gar keine Hebammenbetreuung in Anspruch genommen. Die, die sie in Anspruch genommen haben, mussten durchschnittlich sieben Hebammen kontaktieren, bis sie einen freien Betreuungsplatz gefunden haben. Und wenn Sie sich die Landkarte der Unterversorgung beim Hebammenverband mal angucken, dann können Sie sehen, in wie vielen Kreisen es gar keine Möglichkeit gibt, zu einem gewissen Zeitpunkt – und die Geburt ist nicht zu verschieben – eine Hebamme zu finden. Und wenn Sie planen, diesen Notstand auszusitzen, dann waren Sie an der völlig falschen Stelle. Sie haben in den letzten Jahren schon mit der Einstampfung der Geburtskliniken eine ungeheuer belastende Situation für Hebammen und Mutter geschaffen. Und das verschärfen Sie jetzt noch weiter. In den Jahren 2008 bis 2019 hat sich die Anzahl von Krankenhäusern mit geburtshilflichen Abteilungen um rund ein Drittel verringert. Und das Kliniksterben geht weiter. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Böhm. Ja, von den verbleibenden Kliniken geben 58 Prozent an, dass die Hebammen meistens mehr als zwei Kindergebärende gleichzeitig betreuen müssen. In vielen sogar drei Geburten gleichzeitig. Hier die Teilnehmerinnen des runden Tischels und alle anderen, die Eltern und die Hebammen sind ungeduldig, weil nichts vorangeht. Und es ist, es muss Schluss sein damit, dass Eltern, dass die Familien, die Mütter und die Hebammen die Leidtragenden dieser Misere sind. Ich danke mich. Applaus